hallo meine lieben ja willkommen zu einer neuen review und ihr könnt es schon sehen es ist die review von der neuen sailor moon sh figure arts in der sailor moon crystal version und ich muss sagen sie ist einfach richtig 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 klasse geworden ich habe sie auch mal ein bisschen verglichen mit der bisherigen figure arts und ja fangen wir einfach mal oben an man kann schon sehen die frisur ist auch ein klein wenig anders modelliert sie hat ihre federn hier drin ihren haarschmuck das gesicht ist eindeutig ein bisschen mehr wie der manga also vor allem muss ich sagen also die detailbemalung von den augen finde ich super super schön sie sehen richtig klasse aus ihre tiara ihre ohrringe vor allen dingen auch die wirken total filigran ihre haare finde ich sind super schön vor allem weil die sich hier wirklich dann noch so in so zwei stränge aufteilen und hier unten wird die farbe ein bisschen dunkler und so ein ganz klein wenig durchscheinend und finde ich wunderschön und hier auch noch an der anderen haarsträhne super klasse also es sieht einfach doch ein bisschen schöner aus als nur so zwei so zwei platte plastiksträhnen aber ich meine die anderen figure arts sind natürlich so nachempfunden wie die figuren halt im original anime gezeichnet waren und da sahen die halt ebenso aus aber dieses etwas filigranere finde ich einfach richtig richtig schön ja sailor moons kragen ihr haltsband auch mit der kleinen brosche dann wie man hier sehen kann die herz brosche aus staffel 3 und sie haben sogar darauf geachtet die kleinen juwelen so gut es geht mit zu bemalen ich glaube die juwelen hier ganz oben ja die werden wahrscheinlich zu klein geworden um die noch richtig zu bemalen aber ansonsten man kann aber auch schon sehen sailor moon ist hier eindeutig noch etwas schlanker als in der anderen version und auch der rock ist deutlich anders modelliert so ein bisschen wie von den figure arts 0s hinten ist da noch ihre schleife hier ist noch mal ihr kragen von hinten ja ihre stiefel sind jetzt nicht so anders die monde vorne drauf sind etwas filigraner aber ansonsten ist da keinen großen unterschied was mir aufgefallen ist die gelenke hier scheinen ein bisschen fester und ein bisschen stabiler zu sein als bei den bisherigen figure arts und das gefällt mir eigentlich ziemlich gut so hier unten ist dann ihr ständer steht auch drauf sailor moon da mit so einem wirklich sehr schön verzierten mond drauf ja und dann einmal zubehör natürlich da es ja aus sailor moon staffel 3 ist der spiral hard moon ward der ein bisschen anders aussieht als der der mit der super sailor moon figure arts kommt also das rosa vom stab hier ist etwas heller und man kann auch hier sehen hier oben im herz auch das ja diese runde verziehung in der mitte ist bei dem dem stab den super sailor moon der wahrheit ist es ja silbern und hier ist es einfach rot wie das restliche herz auch aber man kann auch hier sehen die arbeiter dran ist für dich richtig richtig schön also ich muss ganz ehrlich sagen eine also ich finde sie wunderschön weil ich mag ja auch den manga stil in dem serium bezeichnet ist total gerne und das dann einfach auch mal so in figuren form haben ist wirklich richtig richtig klasse ja und was ist noch dabei ich rücke sie mal ein kleines stück zur seite was ich ganz toll finde ist man bekommt vier zusätzliche gesichter und auch da muss ich sagen gerade auch die malerei von den augen ist richtig toll also einmal sailor moon lächelnd dann ja sailor moon kampfschrei nicht das mal dann noch einmal aber da guckt sie dann quasi ein bisschen nach rechts also kann man den unterschied sehen da blickt sie dann halt nach rechts und dann hier unten nochmal mit geschlossenem und wo sie nach links blickt dann das finde ich ehrlich gesagt auch eine ziemlich schöne idee einfach dass die augen einfach meine andere richtung gucken und dann ja die übliche auswahl an verschiedenen händen hier für ihre ganzen posen hände mit denen sie etwas greifen kann also richtig richtig klasse und ja ich hoffe dass das nicht nur eine einzelne bewegliche figure arts in der crystal version war sondern dass wir da auch noch mehrere bekommen werden weil das fände ich richtig klasse denn sailor moon selber ich kann noch mal ein bisschen näher ran so um ihre gesicht denn sailor moon selber muss ich sagen ist ja so ist wirklich wunderwunderschön geworden und sie richtig richtig klasse aus also nichts gegen die bisherigen figure arts die waren natürlich auch schön aber die waren halt natürlich im stil vom alten anime und das ist eben halt der steel von crystal der dem manga eben halt auch näher ist und deswegen ich finde es richtig richtig klasse und allein schon ihr Gesicht ist wunderschön modelliert und die Augen also das ist perfekt also die Bemalung ist einfach perfekt ja, was soll ich noch anderes sagen, ich bin vollends begeistert und ich hoffe dass die anderen Senshi in der Version auch noch erscheinen werden und ja wir sind einfach mal gespannt aber Sailor Moon in ihrer Crystal Version ist den Kauf definitiv wert ok meine Lieben, ja das war meine kleine feine Review zur Sailor Moon Figure Arts in der Sailor Moon Crystal Version und wenn ihr noch irgendwelche Fragen oder Kommentare habt, wisst ihr ja wohin damit und ansonsten sage ich dann einfach mal, wir sehen uns im nächsten Video meine Lieben und bis dann